Hallo, hattest du einen guten Tag? Ja, sehr gut. Und dir? Wie geht es dir? Ja, sehr gut. Und dir? Wie geht es dir? Ich bin sehr gut. Hast du etwas Besonderes gemacht? Nein, es ist nur in der Stadt. Nicht wirklich, nur ein Spaziergang im Parkgrund. Oh,太好了. Na die天气怎么样? Ah, toll! Wie war das Wetter dort? Ah, toll! Wie war das Wetter dort? 天气很好,阳光明媚. Es war schön und sonnig. Es war schön und sonnig. 非常适合散步. 你见到朋友了吗? Perfekt für einen Spaziergang. Hast du Freunde getroffen? Perfekt für einen Spaziergang. Hast du Freunde getroffen? Nein, ich war allein. Es war entspannend. Nein, ich war allein. Es war entspannend. 太好了. 你今晚有什么计划吗? Toll! Hast du Pläne für heute Abend? Toll! Hast du Pläne für heute Abend? Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht einen ruhigen Film und allen. Noch nicht. Vielleicht einen ruhigen Film und allen. Vielleicht einen ruhigen Film und allen. 你喜欢什么类型的电影? Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Ich mag Komöden und Dramen und Dern. Ich mag Komöden und Dramen und Dern. 你看过斯皮尔伯格的最新电影吗? Hast du den neuesten Film von Spielberg gesehen? Hast du den neuesten Film von Spielberg gesehen? 还没有. 好看吗? Nein, noch nicht. Ist er gut? Nein, noch nicht. Ist er gut? Ja, er ist ausgezeichnet. Du solltest ihn sehen. Ja, er ist ausgezeichnet. Du solltest ihn sehen. Danke für den Tipp. Hast du in letzter Zeit Bücher gelesen? Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Hast du in letzter Zeit Bücher gelesen? Ja, ich habe ein Science-Fiction-Roman gelesen. Ja, ich habe ein Science-Fiction-Roman gelesen. Ja, ich habe ein Science-Fiction-Roman gelesen. Es geht um eine dystopische Zukunft Omtanean. Das klingt fesselnd. Leihst du es mir?